Überragende Vorstellung von ihm. Ganz toll, also überragend. Ich bin total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Marco Reus. Özil. Da kommt der Schutz. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Am Rabatt. Phänomenal. Ohne Worte. Ganz stark gemacht. Das gibt es am Rabatt. Das muss er besser timen. Den muss er jetzt machen. Thomas Müller. Das ist die Chance. Bummels. Das ist der Doppelschlag. Das ist der Doppelschlag. Das ist der Doppelschlag. Das ist der Doppelschlag. Oder ist das Tor?